Schwarz-Weiße, ich weiß, es sind für uns alle fordernde Zeiten. Ich hoffe, euch geht es alle gut. Ich versuche, mich ein bisschen fit zu halten beim Indoor-Kicken mit meinem Sohn. Ich möchte euch bitten, holt die Regeln der Regierung ein. Bleibt es daheim oder geht es nur so aus, wenn es wirklich notwendig ist oder wenn es einen Beitrag für die Allgemeinheit leisten kann. Ich hoffe, ihr bleibt alle gesund und man sieht sich bald wieder bei uns im Stadion. In dem Sinne, gemeinsam gegen Corona, euer Ramsi. Servus.